genade mit euch meine lieben tapferen freunde und herzlich willkommen zurück auf der insel hier bei rising world altarion ja wir sind immer noch in unserem kleinen ersten lager es hat sich aber ein bisschen was getan wir haben jetzt endlich so eine art matratze auf der wir schlafen können und wir sind jetzt eine woche her sieben tage haben jetzt hier auf der insel schon verbracht und ich habe noch ein bisschen holz gesammelt so warte mal wo sie ja hier sind ja alle möglichen baumarten das erste was wir machen müssen ist auf jeden fall eine kiste das ist einrichtung der truhe und dafür brauchen wir 32 holz okay da hätte ich jetzt gar nicht rausgehen brauchen 32 holz muss ich mal herstellen es ist immer noch recht ruhig und ich hatte ja schon gesagt dass ich warte mal das reicht eigentlich hier so mal 34 holz immer ein bisschen mehr als man braucht es kommt musik jetzt wo ich sage es ist so ruhig hier so und jetzt machen wir die kiste denn wir müssen ein paar sachen ablegen wir können hier mal alles was wir besitzen mit uns rumschleppen das ist wichtig 32 holz herstellen eine kiste ich hoffe ich hatte noch einen platz frei um die überhaupt so jahr das hat wie es noch geklappt so und dann packen wir die nicht mal hier in unsere hütte am besten hier hinten bei unserem bett hin so einfach hinters bett nun wenn wir uns auch noch ein bisschen schöner machen das kann ja so nicht bleiben ich kann hier natürlich auch drehen gucken das drehen kann man übrigens auch noch einstellen wenn man hier auf c geht kann man sagen hier die drehung dass man die auf 45 grad setzt dann macht die hier etwas größere sprünge so und dann kann man hier wunderbar platzieren soll es haben wir jetzt schon mal eine kiste und da packen jetzt ein paar sachen rein die wir nicht unbedingt brauchen hier wie zum beispiel die kürbisse die wir nicht brauchen ein bisschen essen sollten wir dabei haben haben fasern das brauchen wir noch hier die ganzen setzlinge zum beispiel haben wir da auch eigentlich schon apfelbaum setzling dabei weiden setzlingen da sollten wir uns mal auf die suche machen nach einem apfelbaum setzling ahon damit wir dann auch hier die alte die alte axt kann da rein die gute alte axt unsere erste neuwertig ist die immer noch wo wir schon ganz schön was damit gemacht haben eisenerz nicht das könnten wir eigentlich noch mal brennen ich muss aufpassen ich darf hier nicht ins feuer rein rennen so warte mal das können wir eigentlich noch mal ich kann das auch gedrückt halten so zack und feuer an dann die alte werkbank die kann theoretisch mal weg warte ah ich muss gedrückt halten ja die kann weg und die hier könnte eigentlich ein bisschen weiter nach hinten steht uns hier ziemlich im weg so die könnte eigentlich oder könnte eigentlich auch rein dass wir drinnen weiter bauen können stelle ich die jetzt hier oder hier ich glaube eher hier wäre es ganz nett man könnte die truhe auch daneben ja okay das eisen mal weglegen die werkbank die packen uns jetzt schön hier vor sind sie dann müssen sie einmal drehen komplett oder hier so hin ist ein bisschen hoch eigentlich fast schon ne kann ich auch nicht aus dem fenster gucken hier wäre es eigentlich auch ganz nett stellen sie mal hier hin so hier neben das fenster die werkbank wunderbar und dann kann die können wir eigentlich noch eine zweite truhe machen die wir dann hier hinstellen aber eine truhe reicht erstmal wir wollten ja weiter bauen am haus damit wir endlich ein dach über den kopf bekommen ja ich muss natürlich auch noch die insel erkunden und 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 da kommt so vieles auf uns zu machen wir erst mal weiter am haus würde ich sagen und dafür hatten wir die eine form ja gespeichert ne das heißt wir haben ja hier die also das sind die abgerundeten blöcke die können wir eigentlich auch mal in die kiste packen die abgerundeten die brauchen wir jetzt erstmal nicht ist hier noch irgendwas abgerundet nö hier die brauchen wir auch nicht aber die brauchen wir für die felder ne genau und dann nehmen wir erstmal hier den block also ich habe den natürlich auch noch als balken gespeichert aber ich mache das ja immer ganz gerne so dass ich mir über einfügen hier einfach die größe raus holen denn wir müssen jetzt ja warte ich mache nochmal das magnetwerkzeug ein nach hier haben wir überall schon noch ein block drauf gesetzt genau äh hier sind eigentlich sogar zwei blöcke drauf das ist ja eigentlich quatsch was wir hier gemacht haben weil wir haben ja hier schon den doppelten ne das ist ja eigentlich blödsinn da müssen wir mal mit dem hammer die ganzen dinge wieder abkloppen ähm denn hier ist ja schon ein doppelblock drauf dann kommen die doch wieder weg was habe ich denn da gemacht was hat mich denn da geritten ähm da kommt ja dann vollblock drauf naja okay abreißen können wir ja ganz gut die tage sind schön lang geworden das gefällt mir ja und wir schaffen so ordentlich was ich muss natürlich irgendwie noch eine wasserquelle ausmachen weil selbst wenn wir hier unsere also wenn wir hier unsere siedlung errichten wollen für die familie äh hammerson dann äh ist ja keine siedlung sondern ein rittergut würde hier hinkommen ähm wo die familie dann sozusagen mit ihren angestellten ja hausen kann so ist das im allgemeinen gedacht und dann die ressourcen von dieser insel ausbeuten kann so und jetzt machen wir folgendes ich gehe nochmal runter ich darf mich auch nicht verletzen ne das ist auch so ein ding äh wenn ich mich verletze ich habe noch nicht mal verbandszeug da da müssen wir auch noch für sorgen unbedingt okay jetzt übernehme ich einfach mal die größe hier mit einfügen so zack genau dann fangen wir an zu bauen so jetzt müssen wir aber wahrscheinlich rückwärts bauen damit wir uns nicht selber den weg verstellen denn ich habe nochmal geguckt in meinem äh ja in meinem handbuch sozusagen der familie es gibt keine äh ich weiß nicht wie wir gerüste bauen können also es ist nicht möglich für mich irgendwelche gerüste zu bauen da kann ich höchstens was improvisieren aber nichts offizielles okay hier kommt noch einer hin sehr gut gut dass ich ein bisschen holz gemacht habe wie viel haben wir jetzt noch 21 ja gut da kommen wir auch erstmal ein bisschen mit hin hier dann ist hier noch einer dann ist äh hier ein doppelter genau und dann müsste warte hier ist ein doppelter dreifacher sogar okay das heißt hier haben wir die größte fläche ähm hier muss einer hin so dann hier noch einer hin und viel höher würde ich die hütte dann noch gar nicht machen soll ja nur ein kleines hüttchen werden wo wir gerade aufrecht drin stehen können und wo wir so die erste zeit verbringen können wir müssen unbedingt uns auf die suche einer wasserquelle machen das ist ganz wichtig aber sonst brauchen wir hier gar nicht groß weiterbauen sondern können das hier sozusagen nur als ja als kleine Zwischenbasis nehmen ich weiß dafür ist das schon verdammt viel Aufwand oh da komme ich jetzt schlecht dran okay da müssen wir jetzt schon mal was improvisieren dann nehme ich mir einfach mal hier so einen äh Holzblock nehme mir einfach mal hier die Holzblöcke guck mal hier die abgerundeten die gehen noch dafür ganz gut so ne das will ich aber die will ich aber bei mir behalten so und dann müssen wir auch möglichst schnell guck mal jetzt können wir nämlich hier drauf springen und jetzt kommen wir auch hier oben dran zack wunderbar jetzt kommt würde da oben ja schon wieder ein Halbblock drauf kommen ne okay dann kommen wir da jetzt überhaupt dran ähm mal sehen da müssen wir uns echt was überlegen da müssen wir uns echt was überlegen wie wir das veranstalten wollen ich könnte jetzt ja hiervon die Form nehmen erstmal wieder so denn hier muss jetzt ja überall oben ein äh ein kleiner äh Würfel drauf so dann komme ich noch gerade so rüber da komme ich dran kann ich die drei machen wir trägsen ist das schon zurecht dann komme ich hier müssen wir ein bisschen Klettermaxe sein so ist das manchmal so das andere können wir dann von unten machen kann ich hier auf Spinnrad drauf klettern ja aber dann komme ich da nicht dran okay passt auf kein Problem dann machen wir jetzt äh einfach den Trick den Kisten Trick ähm machen wir uns hier ein hin so und dann springen wir hoch und bauen so wunderbar ach das ist ja wie in alten Zeiten viele von euch wissen jetzt wahrscheinlich was ich damit meine so kommen wir überall wunderbar hin mh da noch ja da komme ich jetzt nicht dran ich habe auch keine Blöcke mehr verdammt da muss ich nur welche machen äh Werkbank ist jetzt drin daran werde ich mich erstmal gewöhnen müssen äh Werkbänke dann brauchen wir nein ähm bauen die 106 bitte und das bitte ja keine Ahnung auswählen die Art erstellen 40 Stück damit kommen wir erstmal wieder einen Meter weit okay äh die Blöcke müssen wir natürlich wieder abbauen Vorsicht immer den Hammer nehmen dann behält man noch die Blöcke ich baue jetzt noch nicht so groß auf äh Schönheit sag ich mal sondern eher auf naja Funktionalität also wir bauen jetzt hier noch nichts für die Familie sondern nur für mich damit ich erstmal hier überleben kann auf der Insel das ist auch wichtig hups ist das nicht hochgeschossen so und da übernehmen wir jetzt einfach von hier die Form mhm zack und jetzt können wir die hier draufsetzen eins zwei man kann sehr man hat sehr lange Arme vier wunderbar mhm das bauen wir wieder ab so ich bin auch echt froh dass das Wetter noch hält dass es nicht regnet den ganzen Tag so und hier brauchen wir jetzt ja äh sozusagen eine Mittelstrebe da können wir jetzt einfach eine egal welche nehmen von hier zum Beispiel 5 so und dann übernehmen wir das und die können wir jetzt hier oben zwischen bauen eins zwei drei ja wunderbar da haben wir jetzt schon unser Fenster und hier müssen wir wahrscheinlich zwei verwenden oder wir müssen jetzt länger machen ähm ich glaube ich mach die länger wir wollen auch nicht fuschen ne und wir wollen mit dem Material nicht asen das ist ganz ganz wichtig so pass auf ähm so und dann machen wir die jetzt einfach ein bisschen länger so wunderbar zack fertig das sieht doch gut aus das ist unsere Tür hier wir können mal versuchen ob wir da eine Tür einpassen können dann haben wir da eine richtige Tür jetzt würde ich sowieso das hier übernehmen erstmal so ich hätte da hinten auch gleich machen können naja egal machen wir mal die Seiten eins zwei drei und hier sehe ich jetzt hier habe ich sogar noch einen Platz vergessen den machen wir dann nachträglich rein so wunderbar dann hier noch und auf der anderen Seite genau das gleiche äh 26 haben wir noch seht da oben ganz links klein in der Ecke wie viel Material wir jetzt von dem aktuell äh benötigten oder genutzten noch haben jetzt kommt es halt diese diese äh Bauweise natürlich zunutze wir können die Fenster natürlich jetzt auch kleiner machen ne wir könnten die jetzt auch aber ich finde die Größe von den Fenstern eigentlich schon okay so klein machen aber ich finde das ist zwar schon sehr luxuriös für so eine kleine Hütte aber noch okay so jetzt nehme ich mir nochmal hier das Maß raus dann machen wir hier nochmal die Dinger hin eins zwei und hier machen wir halt drei Stück hin und da machen wir das hier unten einfach überlappen ist egal so wunderbar und jetzt müssen wir die Felder noch ausfüllen das heißt stopp ein Block fehlt noch da hin so wunderbar äh ist mehr als ein Block der noch fehlt nämlich da muss auch noch einer hin sehe ich gerade ja da muss noch einer hin so jetzt ist aber fertig jetzt haben wir hier unsere Fenster und da haben wir unsere Wände und die machen wir jetzt dicht und dann kann auch eigentlich schon fast ein Dach drauf dann kann eigentlich schon fast erstmal ein Dach drauf gibt es eigentlich Leitern äh ich renne immer noch raus weil ich denke da steht die Werkbank ähm einrichten vielleicht wenn überhaupt ja es gibt Leitern dafür brauchen wir einfach 8 mal Holz okay dann werden wir uns eine Leiter bauen die wir dann hier anstellen das ist dann einfach besser aber erstmal brauchen wir jetzt vor allen Dingen hier diese Dinger da haben wir noch 10 das wird natürlich nicht reichen und das ist die Block Nummer äh 590 ok 590 äh bauen dann können wir Holz mal einklappen und Steine ne das war glaube ich war das Putz oder war das Lehm ne 590 und davon machen wir uns erstmal ein paar und zwar machen wir uns davon mal 30 Stück in der normalen Form ja ok da kommen auch nur 30 bei raus so ist das nämlich im Leben ah und das können wir jetzt einfach so machen dass wir hier das hier übernehmen die äh also die Skalierung müssen wir nur aufpassen dass wir das nicht falsch setzen so wäre richtig ne einmal hier und einmal äh dort so naja äh das war schon mal Mist seht ihr das die ist jetzt einfach zu weit naja gut ich glaub die mal weg oder haben wir das ach das ist ja die sind beide zu klein seht ihr das die sind beide echt zu klein hm warum ist das auf der Seite breiter als auf der anderen das ist ja eigenartig ne ich meine das ist jetzt nicht so das Problem wir können ja das einfach ein bisschen breiter machen daran soll es nicht scheitern manchmal kann man das sehr schlecht sehen so ok jetzt ist es aber ideal dann machen wir das hier auch gleich noch zack ihr könnt das ruhig ein bisschen größer machen dann ragt das halt so ein bisschen in die Wände rein also in das Holz aber man sieht das ja nicht ne und hier können wir das jetzt sowieso äh schon mal grundsätzlich sehr groß machen das war falsch so zum Beispiel und dann äh so dann ist das dicht das gleiche machen wir jetzt hier an der Seite nur übernehmen wir natürlich diese Form äh hier kommt das nicht hin das ist das Fenster ne ganz wichtig so wie viel haben wir noch? 32 Stück ok damit kommen wir hin und auf dieser Seite also so ist bündig und dann ein rein mhm so innen bündig ein rein und äh so ist gleich richtig hehe das sieht doch schon mal ganz gut aus oder? gefällt euch das auch? mir gefällt das wir können das hinterher sogar noch streichen wenn wir wollen aber jetzt wo wir noch so im unauffälligen äh Modus unterwegs sind da würde ich das noch nicht mal streichen da würde ich das noch ein bisschen länger machen damit das ach ich glaube das passt doch so äh ein rein und so ja wunderbar haben wir schon mal die Wände die Wände ist da und dann können wir uns hier außen eigentlich auch eine Leiter hinstellen oder drin aber wir müssen erstmal eine Leiter bauen oh Mist ich hab den Ofen angelassen ja das ist ganz gefährlich wenn er den Ofen anlasst dann brennt er weiter und verbraucht dann noch weiter äh Material da haben wir ziemlich viel Material jetzt verdöselt also ich ne? ihr ja nicht achso jetzt können wir erstmal hier die Platten die werden wir erstmal nicht mehr brauchen die können wir theoretisch auch gleich in die Kiste packen so die packen wir erstmal weg da haben wir noch ganz schön was über sehr gut einen Fensterrahmen würde ich jetzt noch nicht rein machen das sehe ich noch nicht als primär wichtig wir müssen jetzt erstmal eine Leiter bauen dafür brauchen wir Holz hatten wir gesagt ne? Holz äh ja machen wir erstmal so 60 Holz damit haben wir erstmal immer genug Holz vor der Hütte sozusagen und jetzt wollten wir uns eine Leiter bauen die war bei einrichten bei einrichten oder war die bei einrichten? da ist sie herstellen und die stellen wir uns jetzt hier einfach mal drin an die Wand dann können wir nämlich immer äh achso haben wir schon auf der 4 sehr gut naja sie hätte jetzt schon noch ein bisschen größer sein können die Leiter schon noch ein bisschen klein aber wir können die ja hier so an die Wand hängen einfach da sollten wir jetzt hochkommen ähm äh äh oh ouch ist wahrscheinlich die falsche Seite aufheben weil ja der Baum so blöd ist machen wir sie hier hin oder brauchen wir zwei Leitern wahrscheinlich brauchen wir wenn wir zwei brauchen hm können die auch so auf halbe Höhe hängen so am Fenster ah wow ja das bringt nichts okay warte das ist noch nicht so richtig perfekt mit der Leiter ich hänge die mal hier hin hm so jetzt muss ich doch eigentlich hier hochkommen oder äh das ist ups ja das funktioniert irgendwie noch nicht so richtig hm also Leiter ist noch ein bisschen äh gut dann machen wir zwei Leiter dann passt auf dann machen wir hier eine hin ich kann hier natürlich auch ich kann auch sagen ich platziere die jetzt mit STRG setze ich die jetzt fest und dann setze ich mir die einfach ein Stück rüber das dauert so dann stelle ich mir die hier schön an die Wand ganz in die Ecke zum Beispiel so jetzt platziere ich sie und dann machen wir uns einfach noch eine zweite Leiter sind wir sind wir mal nicht so äh zweite Leiter die will ich an die erste ran haben ah ist nicht ganz so einfach warte dann müssen wir uns wahrscheinlich Blöcke zur Hilfe nehmen also Freunde das ist noch nicht perfekt mit den Leitern oder ich bin da zu dumm zu das kann natürlich auch gut sein ah die Blöcke sind natürlich jetzt nicht so ideal dann nehmen wir hier wieder unsere abgerundeten Freunde hops hoch springen und dann so weiter und jetzt müssen wir noch die Leiter da oben dran kleben können oder kann nicht so schwer sein ach vier kann nicht so schwer seine Leiter zu platzieren hm normal konnte man die hier oben anhalten und dann hat die sich verbunden das geht aber anscheinend noch nicht ja das ist ja nicht so ideal und ich komme jetzt hier auch gar nicht doch so komme ich hoch und so komme ich runter aber hm wow ne das gefällt mir nicht tja ok Leitern können wir anscheinend erstmal äh ziemlich vergessen das ist noch nicht so irgendwas äh passt da noch nicht ganz liebe Leute von Rising World äh oder ihr müsst mir erklären wie ich die bedienen soll ein Leiter eine Bedienungsanleiter Anleitung sozusagen bräuchte ich ich pack die mal in die Truhe das ist ein bisschen schade dann machen wir das anders dann machen wir das wie in alten Zeiten machen wir uns hier so ein bauen wir uns eine Treppe hin wir könnten natürlich auch hier eine Außentreppe hin bauen ich mache aber erstmal nur so eine ganz simple oder ist auch witzig brauche ich mir hier eine Treppe hm ah man damit wir aufs Dach drauf kommen so halbwegs na gut jetzt sollte ich aber hochkommen oder jeder in seinem Fach der Maurer fällt vom Dach äh der Dachdecke eigentlich ne so gut das war jetzt eine schwere Geburt ne jetzt nehmen wir hier wieder die Form hm und machen wir uns jetzt hier so Balken hin und daraus können wir dann auch gleich erstmal man hat unglaublich lange Arme ähm wo war denn die nächste müsste dann hier sein ja könnt ihr das eigentlich alles vernünftig sehen im Video ich bin mir da nicht so ganz sicher hier ist einer da dann machen wir erstmal ein Flachdach drauf ähm ja damit wir erstmal einen trockenen Hintern haben natürlich ist das dann immer noch nichts für den Regen aber äh der Mensch freut sich und wir müssen uns unbedingt auch gleich noch was anderes machen wir können nicht die ganze Zeit nur bauen obwohl das natürlich das schönste ist an Rising World eigentlich aber äh wir können das nicht die ganze Zeit machen dann äh mögt er mich irgendwann nicht mehr also er mögt mir nicht mehr zuschauen das meine ich damit mögt er mich natürlich trotzdem wahrscheinlich ah Freunde soo hier noch einer hin und jetzt haben wir keine Steine mehr ups das war jetzt ganz schön ja es ist schon eine vernünftige Raumhöhe sag ich mal äh Werkbank allgemein mhm bauen ok dann müssen wir wieder ganz nach oben zu den Hölzern und hiervon müssen wir uns jetzt nochmal äh 60 Stück müssen wir schon nochmal haben man 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 herstellen was ich hier an Balken verdonnere na jetzt können wir wieder hoch über also mit der Leiter das hätte ich mir besser vorgestellt ups nicht runterfallen wie schon gesagt wenn ich mich hier verletze haben wir ein echtes Problem denn ich hab ja ähm na ihr wisst ja und hier hier müsste ja normalerweise gar kein na doch hier machen wir das so damit wir die dann rüber ziehen können und dann kommt ja eh das Dach drauf ja genau so wollte ich das haben so war der Plan mhm ok entfügen hier noch einer hin und dann war glaube ich hier noch einer und da noch einer genau 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 ich kann glaube ich hier runter springen ohne mich zu verletzen ja das geht so jetzt müssen hier Balken rein äh die können wir jetzt aber schön lang machen die können wir schön lang ziehen ja die ziehen wir jetzt mal so auf fünf Schritt aber das ist die volle Länge ne länger geht's nicht mehr kann ich aus dem Material nicht rausholen ok 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 da muss überall noch ein Knips zwischen ah dann machen wir hier und hier und hier das ist dann sozusagen unser Dachgiebel und auf der anderen Seite genauso damit wir schon mal ein bisschen Schutz vor Regen, Wind und Wetter haben das kann ich natürlich so nicht lassen hier müssen wir irgendwie eine Treppe oder sowas hinbauen ähm die können wir vielleicht von hier so hoch führen ja und theoretisch theoretisch müsste jetzt hier auch einer zwischen ne so jetzt haben wir zumindest schon mal ein Dach drauf so halbwegs ein halbwegs funktionierendes Dach hm ja und da müsste ich ja dann ja weil ich würde die ganz gerne hier die Dauben und Gauben oder wie die Dinger heißen hier so ein bisschen überstehen lassen na könnte man vielleicht sogar noch eine zwischen setzen das müssen wir dann sehen hm wenn ich jetzt sagen tete rette tete ich nehme jetzt mal hier so ein Einer übernehme ich mir mal einfügen passt der da genau zwischen so wenn die da nämlich genau zwischen passen würden so jetzt habe ich die ja verbunden und habe hier jetzt meine Mitte ungefähr ja äh man darf jetzt machen wir hier volle Länge ne 5 ist volle Länge ok volle Länge volle Länge hier können wir natürlich jetzt nicht volle Länge nehmen sondern hier lassen wir es nur so ein bisschen überstehen keine Ahnung wie viel so oder so so vielleicht äh ja es ist nicht ganz die Mitte ne aber hey Freunde wir sind ja nicht nicht päpstlicher als der Papst sagt man auch manchmal glaube ich das ziehen wir uns hier ein bisschen rein so jetzt ziehen wir das einfach ein bisschen raus so zack fertig da haben wir nämlich hier so Mittelbalken dann nehmen wir das hier weg den hier den kleinen nehmen wir weg komm ich da ran ja von innen kann ich den auch wegnehmen vielleicht sogar ja kopf zack genau ja kann man so machen ne kann man so machen und dann müsste ich jetzt ja hier das könnte ich auch noch so machen ne ja das würde gehen so dann haben wir nämlich hier äh so eine Art Dach was wir dann noch ausfüllen können das gefällt mir eigentlich schon ganz gut dann machen wir es so und so jetzt kommen wir hier nicht mehr hoch das heißt wir können das Ding hier komplett wegreißen ok so weit so gut ja Trinkwasser das ist so eine Sache ah das müssen wir uns irgendwie besorgen was ich auch noch ganz gerne hätte ist einmal ein Amboss auf jeden Fall aber brauchten wir da nicht so unglaublich viel äh Eisen für für ein Amboss war das nicht so teuer dass wir das deshalb nicht gemacht haben ich glaube ja ich glaube ja wir brauchten äh ein Amboss war glaube ich sehr teuer ok pass mal auf wenn ich zum Beispiel jetzt hier so eine äh Fackel aufhängen will dafür brauche ich ein Amboss und ein Amboss ist aber kostet mich 16 Eisenbarren ok warte mal ich habe noch welche im Ofen ich da jetzt drauf drücke kann ich ja auch lange drauf drücken dann kann ich die alle entnehmen so wir haben ja ok das reicht für ein Amboss dann bauen wir uns jetzt ein Amboss äh einmal herstellen so habe ich noch ein vernünftiger einen vernünftigen Block den ich da als Amboss Block nehmen kann nö da müssen wir uns einen bauen ist aber kein Problem äh Holz bauen wir jetzt nicht sondern wir brauchen einen ganz normalen Stein nehmen wir hier ganz normalen Stein einmal und wir nehmen so einen abgerundeten Block herstellen einen einzigen ich habe voll Hunger ich muss was essen Freunde in der nächsten Folge werden wir dann mal nicht bauen sondern uns um unsere Verpflegung kümmern das ist nämlich wichtig dass wir hier äh uns ein paar Pflanzen an äh legen und mal nicht bauen ne maximal vielleicht hier noch dicht machen maximal naja das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus das kann man ja das ist halt so ein bisschen versetzt ne vielleicht setze ich auch hier die ganze Wand einfach noch ein rüber damit das hier gerade wenigstens ist das müssen wir dann sehen wenn wir die Tür einbauen dann können wir das sehen ok äh aber ich muss noch ich habe immer noch Hunger noch eine Tomate irgendwo war hier auch eine Tomatenpflanze wir haben ja hier auch irgendwo eine Tomatenpflanze stehen ne hatte ich schon mal gesehen ähm irgendwo stand hier eine Tomatenpflanze rum naja Vorsicht nicht durchs Feuer rennen äh den Amboss den stellen wir uns natürlich hier schön neben den ähm neben den Schmelzofen da passt er gut hin und zwar nehmen wir uns da jetzt diesen Stein hier und den machen wir jetzt ein bisschen größer machen wir uns ein bisschen größer so 1,3 mal 1,3 von der Höhe ist das glaube ich schon ganz perfekt ne 1,3 mal 1,3 zack und da kommt unser Amboss drauf da ist er da passt der nämlich wunderbar dann drauf PEM und da müssten wir doch jetzt eigentlich mit ähm so ein Ding herstellen können ne hier warte mal Amboss haben wir äh Einrichtung so ein Wandkerzenhalter dafür brauchen wir Eisenplatten und zwar brauchen wir 4 Eisenplatten und zwar brauchen wir 4 Eisenplatten allgemein Eisenplatten da brauchen wir äh Herstellungsamboss ok gehen wir zum Amboss und jetzt machen wir uns äh 1,2,3,4 äh 4 Eisenplatten so und dann machen wir uns nämlich ähm Einrichtung einen Wandfackelhalter ok dafür brauchen wir die ach den machen wir dann wieder an der Werkbank oder was ach dafür brauchen wir eine moderne Werkbank ne Werkbank und Amboss haben wir doch beides oder muss ich den ich hab doch einen Amboss ach muss ich den nebeneinander stellen oder was ah hol ich die Werkbank nochmal raus das wäre ja äh das wäre ja eigenartig es wird schon wieder dunkel denn ich wollte doch den Wandfackelhalter noch aufbauen ich stell die jetzt einfach mal hier hin so und jetzt ach guck mal jetzt ist beides da also müssen wir uns noch eine eigene Werkstatt bauen wo alles nebeneinander steht hm 4 Wandfackelhalter sehr gut dann nehmen wir jetzt nämlich hier die Wandfackel und packen uns die hier schön in die Bude rein und zwar machen wir hier eine hin dann krieg ich das auch mit ja ja oder das warum ist die jetzt so schief? mach das so Freihand und jetzt die Fackel die wir uns mal gebaut haben wo ist die denn? äh ich hatte doch mal eine Fackel gebaut habe ich die in die Truhe gepackt? oder hat sich die aufgebraucht tatsächlich? ich jetzt eine Fackel bauen will warte mal äh allgemein ne das war Ausrüstung ne? da Fackel herstellen 4 Fackeln habe ich jetzt hergestellt sehr gut dann kann ich die doch jetzt hier reinpacken ne? ach ne achso ich kann da einfach anzünden ok und wenn ich jetzt sage ich mach hier einen Wandfackelhalter hin achso die brennen einfach so das ist dann gleich ah ok ok ja jetzt haben wir es hier schön lauschig drin haben wir zwei Fackeln an den Vennbrennen und ich sage nun kleine Husten schneide ich natürlich hinterher raus ganz klar ich sage nun von dieser Stelle liebe Leute gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal euer Opa Ceron aus Altarion hier von unserer wunderbaren Insel ohne Namen herr so dann